Hallo Leute, ich bin's, eure Sabrina und wir machen heute mit der Weihnachtsquest weiter. Und das ist ja jetzt Bucket Zuckerstangen. So, jetzt sind sie fast fertig. Sie müssen nur noch gewogen werden, sodass man sie auch an dem Baum hängen kann. Kannst du mir dabei helfen? Sie liegen dort auf dem Tisch und kühlen ab. Hilf sie mir zu wiegen, bevor sie abgekühlt sind. So. Da haben wir dann jetzt alle gebogen. Danke, wie schön. Dann sind sie jetzt auch fertig. Ein Weihnachtsgeschenk für Mario. Während die Zuckermasse abkühlt, kannst du vielleicht ein paar Zuckerstangen zu Mario beim Observatorium bringen. Er liebt nämlich Zuckerstangen. Und deswegen bekommt er jedes Weihnachten welche von mir. Wenn du zurück bist, werde ich ein paar Bonbons eingepackt haben. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und überbring die Stangen. Da, 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 da. Der Weg. Der ist das Ziel. Mal wieder hier ganz viel bergauf und bergab. Mal wieder hier ganz viel bergab. Ein Weihnachtsgeschenk für Mario. Hallo Sabrina. Mit was für Leckereien du da ankommst. Wie nett von dir, mir Bonbons zu bringen. Ich weiß, dass der Weg von Wende sehr lang ist. Man sollte eine Seilbahn dorthin bauen. Haha. Elisabeth macht die besten Weihnachtsbonbons. Zurück zu E. Du kannst jetzt wieder zurück zu E reiten und ihr für die Leckereien danken und ihr frohe Weihnachten wünschen. Ja, ich nenne Elisabeth manchmal E. Auf geht's zurück. Na, wir hätten vielleicht auch ein Bonbon probieren sollen, um wirklich zu wissen, ob die wirklich so gut sind, wie er sagt. Ja, ich nenne Elisabeth. Das Rot, das steht im Daywalker aber. Ja. 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 Wie schön, dass Mario mich grüßt. Jetzt sind die Zuckerstangen verpackt und fertig. Bitte reite zum Ratsmann in Silverglade. Du kannst jetzt auch den Schnee mitnehmen, den du besorgt hast. Dann nehmen wir alles mit. Aber wir reiten nicht darüber, wir nehmen halt schön den Pferdetransporter. Das entführt doch ein bisschen da auf noch die Farbs. Bonbons! Diese Zuckerstangen sind von bester Qualität. Die bleiben an keinem Gebiss klebt. Frische Bonbons sind das Beste. Gut, dass Elisabeth auch an den Schnee gedacht hat. Das spart dir einen Weg. Meine Freundin, jetzt müssen wir noch den Baum mit den Zuckerstangen dekorieren. Du wirst ein Geschenk von mir bekommen, weil du mir so viel geholfen hast. Das richtige Weihnachtsgeschenk bekommst du aber nicht, bevor alle Aufgaben erledigt sind. Komm zu mir, wenn du mit dem Baum fertig bist. Also hängen wir jetzt die Zuckerstangen dran. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, der Baum sieht immer weihnachtlicher aus. Hier ist das Geschenk, das ich dir versprochen habe. Ich hoffe, es passt deinem schönen Pferd. So, die Weihnachtsaufgabe ist für diese Woche vorbei. Am Mittwoch geht es mit den Weihnachtsaufträgen in Silvergate weiter. Gut, dann habe ich das ja bis jetzt geschafft. Und die neue Decke ist eine grüne Decke, die wir bekommen haben. Aber ich lasse jetzt erstmal noch die rote drunter. So, da haben wir das jetzt, wie vorhin schon gesagt, für diese Woche geschafft. Ich zeige euch in einem anderen Video dann noch, wie wir unsere Weihnachtsfaktamente umtauschen und was wir für die Weihnachtswünsche bekommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr löst auch schön weiter eure Aufgaben. Und dann können wir am Mittwoch weitermachen. Viel Spaß euch und schönen Abend!